Schläger ist kaputt gegangen von Jack Johnson und die Scheibe ist drin. Da steht der Kapitän ohne Schläger vor dem eigenen Torhüter, kann nur mit dem Körper arbeiten. Das nutzen die Finden aus. 2-2. Und jetzt wird das Video-Studium bemüht. Und jetzt, hoffentlich haben die Finden noch nicht zu früh gejubelt. Die liegen sich da schon in den Armen auf der Tribüne. Hier sehen wir Fulpula, Valtteri Fulpula, Kopf die ganze Zeit oben, immer Blick Richtung Mitspieler. So, da kommt Jack Johnson und da springt die Scheibe vom Schlitsche von Koivu Richtung Tor. Ich meine, dass er keine Kickbewegung macht, aber das werden sich die Referees jetzt ganz genau anschauen. Ja, der bekommt die Scheibe ans Standbein gespielt. Da kann er gar nicht mit dem Schlitschuh mit der Kurve kicken. Für mich ein regulärer Treffer. Das Wangen bei den Finden. Aber was entscheiden die Schiedsrichter hier? Scheibe darf vom Schlitschuh von der Kurve Richtung Tor wegspringen. Aber es darf keine Kickbewegung, keine aktive Bewegung mit dem Schlitschuh stattfinden, um die Scheibe Richtung Tor zu befördern. Was ist das, was jetzt kontrolliert wird? Der Kapitän. Geht er mit Beispiel voran? Bekommt er hier seinen dritten Turniertreffer angerechnet? Die Geste des Schiedsrichters. Jawohl! Und jetzt können sie sich zurecht freuen, die Finden. Sie haben das Spiel wieder geöffnet. Was für eine Erleichterung! Beifallsorgane in der Hardwall Arena. Hier sehen wir es nochmal. Satter Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Begegnung in der Vorrunde war eindeutig ohne Ende für die Amerikaner. Ein glattes 5 zu 0. Aber das hier ist was ganz anderes. Letzten 10 Sekunden, da ist die Scheibe drin! Der Game-Winner! Das entscheidende Tor! 9 Sekunden für Ende der Partie! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Die Finnen! Sie sind im Halbfinale! Jos, Jesse, Joencu! Der 24-Jährige von HV71, der in Schweden sein Geld verdient. Die amerikanischen Spielerfrauen bedient. Sie wissen, sie können die Heimreise mit ihren Männern antreten. Nichts mehr Shopping in Helsinki. Nate Thompson hat da einfach nicht aufgepasst. Lässt Joencu die Scheibe mit einem One-Timer ins Netz versenken. Mit einer Direktabnahme, weil er einfach hinter seinem Gegner stand. Und nicht vor ihm. Und jetzt haben die Finnen aber einen ganzen Eimer voll Glück ausgeschüttet für ihre Fans. Endorphine, Glückshormone ohne Ende nach dieser Szene. Joencu stopft die Scheibe rein. Thompson kommt viel zu spät. Eine einzige Szene. Ein Leichtsinsfehler von Thompson, der hier nicht konzentriert genug war, eine Defensivarbeit entscheidet. Dieses Spiel auf das Messerschneide, geführt von der ersten Sekunde an.